Xenia und ihre Mutter gehen auf den Spielplatz. Dort treffen sie Xenias Freundinnen. Markus und Lukas kommen dazu. Wollen wir fangen spielen? Nein, wir wollen Verstecken spielen. Und wir spielen nicht mit Jürgen. Markus schurps Lissi um. Lukas hilft ihr Bein aufstehen. Markus entschuldigt sich und sie werden Freunde. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020